Was ist für mich wichtig, über das Thema zu sprechen? Für mich ist es wichtig, grundsätzlich über das Thema zu sprechen, weil das Thema Organspende immer noch mit vielen Tabus belastet ist und viele Ängste herum sind. Wenn man sich aber mal mit dem Thema intensiver auseinandersetzt, empuppen sich die Ängste eigentlich oft als hinfällig. Und es gibt wirklich gute Gründe, da mitzumachen. Denn jedes Leben, das man mit einem gespendeten Organ retten kann, ist ein Wunder und lohnt sich dafür, das Organ zu spenden.